Alles geil. Hallo. Hi. Hallo. So. Ja, ich bin ein wenig heiser, aber das sind... Wow. Das sind die Überreste der Party von heute. Und irgendwie mache ich Blog, weil er mir gesagt hat, mach Blog. Und deshalb mache ich Blog. Und ja, hier ist auch noch gerade Jos dazu gekommen. Weil man ist leider nicht dabei. Der ist irgendwann eingepennt, das passiert. Und ja, auf jeden Fall haben wir gerade eben hier Party gemacht. Und ja, wir kommen gerade in die Wohnung rein. Man sieht hier nicht viel. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Wii gespielt. Hier und wir haben irgendwie einen Kühlschrank ins Wohnzimmer gekriegt. Und im Grunde sieht es noch ganz ordentlich aus, obwohl halt 40 Leute da waren. Und sorry, dass es jetzt ein bisschen dunkel ist. Auf jeden Fall hier ganz viele Couches. Hier ist die Bar. Und... Oh, Licht. Scheiße, Alter. Sick. Auf jeden Fall war das eine der coolsten Partys, die ich bisher je gemacht habe. Wir hatten DJ, wir hatten Barfrau. Und die war auch ganz schön beschäftigt. Ja, und die war... Die war ganz schön beschäftigt. Ja, das kann man so sagen. Und ja, und irgendwie hat es irgendwie noch ganz viel Spaß gemacht. Aber ja, ich bin ziemlich müde und die Kameraführung ist wieder sehr, sehr, sehr mediocre. Erzähl mal von deinem Ausflug nach Sizilien. Ja, ich hatte einen kleinen Ausflug nach Sizilien, aber nicht ganz so weit, wie ich nach Sizilien wollte, leider. Irgendwann war Sizilien weg. Irgendwie verschwunden. Aber da werde ich noch an meinen Skills arbeiten. Ja, ansonsten... Mach mir ein ganz liebes Auf Wiedersehen von allen. Auf Wiedersehen. Einmal winken. Ja, auf Wiedersehen. Juhu.